Wahre Oldtimer-Liebhaber hält auch schlechtes Wetter nicht davon ab, ihre Schätze ins Rollen zu bringen. Der beste Beweis dafür waren die Motorworld Oldtimer-Tage Fürstenfeld, die jedes Jahr rund 10.000 Besucher auf das historische Gelände des Kloster Fürstenfeld locken und diesmal am Wochenende vom 16. bis 17. September zum 13. Mal stattfanden. Für Liebhaber kultivierter Klassik-Automobile, aber auch für Familien mit Kindern gab es eine Menge zu sehen und zu erleben. Allen voran die fast 1.000 Oldtimer, klassische Motorräder und Sportwagen, die vorfuhren, sowie 150 Aussteller. Musik 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 Das Highlight der Motorworld Oldtimer-Tage Fürstenfeld ging am Sonntag an den Start. In verschiedenen Kategorien, unter anderem Classic, 70 Jahre Ferrari, Werbeautos und Little Italy, stellten sich allesamt sehenswerte, manche besonders rare klassische Fahrzeuge dem Concours d'Elegance. Eine charmante Besonderheit des Concours diesmal, eine eigene ausgelobte Kinderjury, dürfte nach eigenen Kriterien die Children's Choice Award vergeben und bewies nicht nur Geschmack, sondern auch durchaus Sinn für das Besondere. Den von den Kids vergebenen Preis gewann ein 1949er Lagonda Drophead Cabriolet. Keine Frage, alle am Concours teilnehmenden Fahrzeuge waren mehr als sehenswert und ließen die Herzen von Kennern, Liebhabern sowie Fahrzeugbegeisterten gleichermaßen höher schlagen. So auch der Fiat 1506C Stabilimenti Farina von 1949, bei dessen Anblick unmittelbar ein Gefühl von Dolce Vita aufkam. Doch nicht nur gefühlt war der Fiat auf der Siegerspur, sondern auch nach kritischer Begutachtung seitens der Jury, die den außergewöhnlichen, weil einmalig und zugleich im Original restaurierten Italiener zum Best-of-Show kürte. Am Samstagvormittag war der P4 Club mit einigen PS-Boliden zu Gast vor dem Kloster. Am Samstagvormittag Untertitelung des ZDF, 2020